Norddeutscher Rundfunk Hi! Bist du der Freestyler? Ja, das bin ich! Dann sagt du bist der beste Friseur der Stadt. Und ich suche was Außergewöhnliches. Dann lass uns die Magie beginnen. Und? Wie gefällt es dir? Zum Geburtstag meiner Oma wollte ich jetzt nicht. Okay! Wie fühlt sich das an? Ich liebe zwar Tennis, aber ich hoffe ich muss jetzt nicht spielen. Okay! Einen hab ich noch! Und? Was sagst du zu meinem finalen Endlook? Wow! So geil hab ich noch nie ausgesehen! Du bist wahrhaftig der Freestyler! Bis zum nächsten Mal! Manchmal ist es wichtig, nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere zu verändern. Bis zum nächsten Mal! Jnzeex! Dschupp spielt vorherOOOOO- Wenn du nicht wer wirst, es ist schön! Du bist zum nächsten Mal! Aber da wer müssen dann wieder dazu achten? Lasst du auch so치가 so auch auf der Haare zurück! Du bist zum nächsten Mal! In diesem Mal! Vielen Dank.